Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich heute begrüßen aus dem Theater hier in Wismar von, wie sagt man Antje, den Brettern, die die Welt bedeuten? Genau so. Und damit habe ich meinen Gast schon vorgestellt, Antje Karsten von der niederdeutschen Bühne hier in Wismar. Moin, Antje. Moin. Ihr seid kurz vor der Premiere, das heißt ich glaube Freitag, der, wann geht's los? Los geht's mit der Premiere am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr geht hier der Vorhang auf für den Schwank von Konrad Hansen. Allens in Griff, heißt er. Und dafür haben wir gut ein Jahr geprobt. Es gibt eine Wiederholungsvorstellung am Sonntag, 12. März, aber um 16 Uhr. Und dann gibt es auch noch eine dritte Vorstellung. Genau, das sind Verschieber, habe ich gehört. Das heißt, das, was auf den Plakaten steht, stimmt nicht. Ja, das stimmt. Gucken Sie nicht auf die Plakate, sondern glauben Sie uns. Die dritte Vorstellung, die ist eigentlich eine Woche später am 18. und die müssen wir leider verschieben auf den 26. März, das ist Sonntag, auch 16 Uhr. Die Karten behalten die Gültigkeit. Wir hoffen einfach, dass alle es mitkriegen und dass alle dann trotzdem eine Woche später kommen. Ihr habt ja eine sehr treue, ich würde jetzt sagen Fanbase, vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber das Publikum ist euch ja sehr treu. Für alle, die vielleicht das erste Mal Lust haben, Niederdeutsche Bühne zu erleben. Was erwartet mich denn, wenn ich zur Niederdeutschen Bühne komme? Und vor allem, was erwartet mich auch in diesem Stück, wenn ihr alles im Griff habt? Ja, wir versuchen alles im Griff zu haben. Auf unserem Weg zum 100-jährigen Jubiläum in zwei Jahren soll unser Verein 100 werden. Und da ist dies ein wichtiger Meilenstein. Und ja, was erwartet einen? Es ist ein Schwank, der eigentlich etwas älter ist, aber wir haben versucht, ihn ein bisschen auch so in die neuere Zeit zu bringen. Eine alte Dame hat ein Haus, hat ihre Familie aufgenommen und der Schwiegersohn, der ist so frei, mal eben Omas Zimmer zu vermieten. Und wie gesagt, es ist ein Schwank. Es soll Spaß machen, es soll die Leute amüsieren und wir freuen uns natürlich ganz doll auf unsere Fans, die dann auf jeden Fall am Samstag schon da sind. Jetzt Schwank, wenn du das gerade so erzählst, wofür steht das Wort eigentlich nochmal? Weil ich überlege gerade die ganze Zeit, es rattert bei mir im Kopf. Ja, man unterscheidet ja Komödie und Tragödie. Eins endet komisch, eins endet tragisch. Und beim Schwank, da wird es einfach noch etwas übertrieben. Also es ist eine Komödie. Es geht also gut aus, aber naja, es ist so, wie man das im Plattdeutschen eigentlich mag, dass man sich auch mal auf die Schenkel klopfen kann. Und das ist ja eigentlich das nächste schöne Stichwort, weil wenn ich jetzt hierher komme, erwartet mich ja eine besondere Sprache bei der Niederdeutschen Bühne. Ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Erzähl mir mal was auf Platt, vielleicht aus dem Stück vom Leben. Ich möchte einfach mal ein bisschen zuhören, das mal ein bisschen kurz genießen, wenn du mal snackst. Ja, das ist Oma Lembke. Oma Lembke ist du, wo wir hier sitzen. Und der warnt hier eigentlich allein, hätte er Familie abgenommen. Und ja, das bringt man nicht verhörig. Würge sagen. Ich muss dazu gestehen, meine Großmutter hat auch mal viel platt gesnackt. Ich kann es überhaupt nicht. Aber ich verstehe dich. Das beruhigt mich ja immer. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier auch reinsetzen am Samstag und euch ein bisschen zuschauen. Letzte Frage, du hast gesagt, ihr werdet tatsächlich 100 in zwei Jahren? Ja. Die Deutsche Bühne wurde 1925 gegründet. Mit welcher Intention? Mit der Intention, also einmal die plattdeutsche Sprache den Leuten näher zu bringen, aber auch so als Volksbühne. Also wenn man so die Geschichte der Bühne liest, dann sieht man in den ersten Jahren, also eigentlich sogar noch zu der Zeit, wo ich dann schon dabei war, da hat man manchmal 30 bis 50 Mal im Jahr gespielt. Also da wurde jedes Wochenende über Land gezogen und dann wurde gespielt. Und in den Leuten Freude gebracht. Braucht ihr Nachwuchs? Nichts dringender als das. Das heißt, wenn ihr, aber, oh Gott, ja. Ja, das große aber kommt. In diesem Stück spielen zwei 15-jährige Mädchen mit. Okay, die können platznacken oder die lernen das dann? Ja, die lernen ihren Text. Und die gehörten auch schon jahrelang zur Kindergruppe, haben auch schon, na, wie heißen die? Schneeweißchen und Rosenrot gespielt, beide. Und sie möchten unbedingt weitermachen, aber unsere Kindergruppe, da fehlt es ganz doll an Kindern, die bei uns mitmachen wollen. Und die beiden haben wir jetzt einfach mit übernommen in die Erwachsenengruppe und die spielen mit. Und wenn ich jetzt Kinder kenne, die mitmachen wollen und die anmelden möchte, wo mache ich das? Wir haben eine Homepage. Blenden wir jetzt ein, einfach mal ganz unkompliziert, wie gesagt. Ja, da kann man sich auf jeden Fall melden. Und dann melden wir uns zurück und ganz einfach. Nehmen jeden auf. Wir haben auch hier in diesem Stück wieder zwei neue Technikleute und wir sind immer froh für jeden, der kommt. Ich sage auf jeden Fall aller herzlichsten Dank. Und was sagt man beim Theater immer? Toi, toi, toi. Tschüss. Mach's das Gute und wir sehen uns am Wochenende. Tschüss.